Time to see how well you fly, Ruben! Move! Moin Leute, herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Minecraft Story Mode. Sie ist endlich da und ich möchte sowas von gerne wissen, wie das Abenteuer weitergeht. Solltet ihr Episode 1 verpasst haben, dann habe ich euch nochmal die erste Folge sowie die komplette Playlist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir werden jetzt aber loslegen, drücken auf Spielen, wir haben noch keine Zeit, meine Damen und Herren. Hier sieht man, ist Start Episode 2 und der Orden des Steins, das ist eben Episode 1, die haben wir bereits abgeschlossen, aber kommt Leute, wir starten Episode 2. Die Freundschaften können mit einem Schwenkern führen, zu einem Schwenkern, zu einem Schwenkern, zu einem Schwenkern und zu einem Schwenkern. Sie haben nur gedacht, dass sie nur gedacht haben. Unsere Heroien, zusammengekommen durch die Welt, müssen jetzt eine Hilfe von einem legendarischen Artisan von Chaos suchen. Aber die Frage bleibt, ob es genug ist, um die Welt zu retten? Okay, wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen die Welt retten. Nur nicht verlieren, warum wir hier sind, okay? Wenn wir nicht den Urlaub zurückkommen, wird der Widerstorm alles essen. Das bedeutet, dass wir zu Magnus kommen, schnell wie möglich. Wisst ihr was? Du bist richtig. Wir holen ihn Magnus, holen ihn zurück, und er weiß wirklich, wie das Ding zu hoch. Äh, Mann! Oh, nicht schon wieder. Au, 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 au! Okay, Quicktime-Event. Das weiß ich auch nicht. Wir haben doch unseren Bogen. Nein, 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 nein. Bogen. Just, um, uh, don't miss, okay? I don't want it to hate us even more. Ah! Okay, zielen. Bogen. Okay, da haben wir einen Hit kassiert. Kein Problem. Ein Treffer. Wir können leider auch nicht ausweichen. Das finde ich ein bisschen schade. Jawoll! Edo! Beziehungsweise Rude. Das ist es. I liked it when you went first last time. Maybe you should take this one again. What? Hey, da unten sehe ich doch was. Vorsichtig, Leute, könnt ihr... Ne, man kann nur nach links. Okay, da kann man nicht drauf treten. Ich wollte schon gerade sagen, was ist das überhaupt? So ein Minecraft-Blocker. Bisschen explosiv in dieser Stadt. Die heißt nicht umsonst Boomtown. Ah, wer bist du? Hat er sich in die Luft gesprengt? Das war jetzt aber nicht so explosiv. Was ist das für eine Stadt? Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist eine Grieferstadt? Toll, wieso soll ich mir den Kaktus ansehen? Wow, ein Kaktus. Du siehst nicht nach Hause. Ich nehme es als Souvenir, aber ich will es nicht in meinen Pantlen. Good call, buddy. Axel ist natürlich immer... Oh Gott, da vorne. Können wir hier noch irgendwas erforschen? Ich möchte mal wieder mit Ruben bzw. Edgar reden. Okay, Axel. Ah, hier geht es auch noch weiter. Also ich... Der Wahnsinn finde ich es jetzt nicht. Ich finde es ein bisschen... Wow, in town sure does keep you on your toes. Exciting stuff, huh? Yeah, yeah, now you're getting it. Noch ein Banner? Das Amulett. Dude, it's freaking glowing. Dude, I think you're on to something there. Es zeigt den einzelnen Tüten mal. Ja, wir müssen hier längs. Gucken, wenn wir weiter nach rechts gehen. Ja, letztlich müssen wir hier längs wahrscheinlich. Können es auch noch runter halten. Ja, guck mal, wenn ich das nach links halte, dann geht es praktisch fast aus. Also müssen wir hier in die Richtung. Kann man es... Okay, nach oben und nach unten. Er wird wahrscheinlich irgendwo da ganz hinten sein. Er ist ja schön. Okay, angehalten. Ja, wir wissen noch, wo es längs geht. Hier vorne. Aber wir können jetzt hiermit auch nicht großartig was machen. Ja, hallo. Die fragen sie lieber, was sie will. Oh, oh. Okay, legt euch nicht mit uns an. Ach, Jessie. Oh, mighty Magnus. I have for you this offering. No! Bunch of noobs. Hey, are they going the same way? They're working together. This is just how we do it in Boomtown. Which one took the amulet? Oh Gott, ich sag, ich sag, er hat das. Obwohl, die smarte meint. Nein, nein. Okay, Fishing Dork. Komm schon, Jessie. Oh, je. Oh, je. Just give me the amulet. Jeez, pal. No need to shout. Here. A reasonable conversation. My turn. Okay, wir hatten recht. Er hatte es. Los, Edgar. Wie hat er wieder los? Hey, did Noor come this way? Yeah, and she had the amulet again. Stop right there. How about, no? Ah, these bricks will take forever to punch through. Luckily, I think I found us a punch-free entrance. Sorry, guys, but I've been trying to find Magnus for way too long for you to stop me now. Sure. Oh, bad. Jessie, look out. Way too close. You know what you remind me of? This song I had stuck in my head once. I just couldn't get it to go away. Okay, come show. Coucou, 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 chela, 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 chela. Sauber. Grab it, grab it. Oh, no. Ha, nice. What did I tell you about teamwork? What? But I'm the one who said we should work together. No, you didn't. Got it. I actually got it. Quick, flush him out. Das ist ja wie eine Zombie-Invasion. Wo kommen die denn alle her? Axel, Magnus is somewhere in that building above us. He's gotta be close. Then quick. Toss me the amulet. You're surrounded by griefers and they're gonna tear you apart. Well. Okay, wir müssen die beiden schaffen das. Jessie, we need to move now. Just don't lose it. Hey, don't worry about me. I got this. You just keep them distracted. At the top. Yeah, that's what I saw. I love a good table turning. Excellent. Oh, no, you don't. Get back here. Zack, mach, 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 mach. Willst du nochmal ein Ei? Well, hello, opportunity. Nicht schon wieder sowas. Jesse, you made it. You don't need to sound so surprised. Do you have the amulet? Of course. Me and the pig, we totally rocked it. Well, I'm glad everyone's safe. Good boy, Ruben. Magnus, here we come. Habt ihr das gesehen? Axel hatte an der Seite noch so'n Pfeil stecken. Also, zu einfach war das für ihn nicht. Huh, maybe it's, I don't know, locked or something. Da sieht man den. Okay, wir können letztlich nur anklopfen. Hallo, ne Stadt voller Griefer und wir klopfen an die Tür. Hey, hey. Fine. Knocking worked. For once. So it seems. Let's get in there. Right behind you. Ah! 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 Okay, wo sind vier gelandet? Lava ist ganz schön. You were completely surrounded by hundreds of hidden death traps. One step closer, and kaboom! It's Magnus! We totally got caught by Magnus! We're gonna die now. Did you really think you could sneak up on me? Ha! You're two of the worst Griefer's I've ever met. And a pig? We're gonna die now. We're gonna die now. We're gonna die now. Aber erstmal müssen wir das mit den Griefern klären. We're gonna die now. Hey, no Griefer's here. No way. We came from way out of town to find you. Oh, really? I mean, that guy, he's got Griefer written all over it. Man, you don't know how much that means to me. Wir sind in Gabriels Auftrag unterwegs. Aber so ist es doch! Die Welt steht vor dem Untergang. Die Welt steht vor dem Untergang. Magnus, you've gotta come with us. You might be the only chance we have. Give me one reason why. For even a second, I should come with you. I am the ruler of this place. I keep the disorder. You're supposed to be a hero, Magnus. And right now, the world needs a hero. You can come with us and help stop this disaster. All this stuff you've told me, you expect me to just take your word for it? Two strangers with wild stories and nothing to show for it. Except an amulet, that's not there. Magnus, every word of what I'm saying is true. You have to believe me. Okay, okay, you sold me. I mean, yes. Oh, but we might have a little bit of a problem getting out of here. Huh? You're Magnus. You can just walk out of here. Hello? I don't know if you've looked around this place, but it's kind of full of griefers. But that's kind of awesome, right? You've heard about the whole challenging the king for his crown thing, right? It's like their thing. So long as I'm king, I can't leave this town. I know how you feel. No, you don't. We, ja, we schmuggeln ihn einfach raus, weil die wissen ja nicht, dass er da ist. Er braucht einfach nur einen neuen König, jemand, dem er vertraut. Nice. You're my hero. Just choose a new king and then come with us. Look, I've beaten them dozens of times. And none are worthy. They'll see right through it. But you, you're the newcomer with the gold amulet. By now, there will probably be all sorts of rumors about how awesome you are. If you beat me, then I'll be able to leave. I can't believe I didn't think of it before. Ich wollte gerade sagen, dann sitzen wir doch hier fest. I mean, I won, wouldn't I be stuck here? Nah, you're not as legendary as me. Should be easy enough to throw another fighter. Just give up the crown with way lower level rapers. The trick is, don't become a legend. But looking at you, I don't think, uh, well, anyway. Oh, this is gonna be good. I'm actually excited about this. But we gotta make sure it looks legit. The deathbowl has never seen the carnage that we're about to create. Tortoise-kissen? Uh, what's the deathbowl? This is the deathbowl! Welcome, ladies and gentle griefers, to the deathbowl! In one corner we have Magnus, your king of Pooh-Poom-Town! Prepare to defend this title and crown! So tiny, welcome to the deathbowl! The grief-off to end all grief-offs! How do you want to think of this? How are we gonna fool? What's your, uh, grand plan? Do you want to go with Iron Man? They lay it on me quick! Ach, come, TNT! We'll start off small, then I'll throw some TNT at you. Just let it graze you, then we'll call it a finish, alright? Okay, something about TNT. Awesome! And you, what name do you go by? I'm gonna need a name. Wir sind der Hüter des Amuletts. Zerstörer-Bärm. The Amulett-Holder! You heard the name, folks. Give a big deathbowl welcome to the Amulett-Holder! Now we can talk about this again. Then let's begin! Opponents will craft their own griefing towers, which they will then use to grief each other. The only rule is... That there are no rules! No eye-poking! Other than that, go crazy! Seriously. Close! Amulett-Holder! Get your building material. And Magnus, you... Nah, I'm good. Brought my own supply. Let the griefing begin! Okay, wir brauchen starkes Material. Etwas, was durch TNT nicht zerstörbar ist. Some Spoon. Some... Pink-Ball. Okay, ich hoffe, uns werden jetzt gleich nochmal wieder ein paar Rezepte zur Wahl gestellt. Aber Stein explodiert, die rosa Wolle. Wieso will denn... Okay, Leute, wollen wir einfach Edgar vertrauen? Oh. Hä, wieso gibt er uns das? Weil da war auch keine Zeit angegeben. Hm, not bad. Not bad. Guess, it'll have to do. Axel, what are you doing over there on his side? Yeah. I thought you might bring that up. It's just that Reuben wanted to take your corner, and I didn't want to crowd him or anything. so I thought I'd, um, watch from over here. Okie dokie. Take your best shot! And that's how you shouldn't throw an egg. Ha! You grieve with me, you grieve with the best! Talk! The detail. So, amulet holder, taking an amulet isn't enough. You need to take my crown as well. I do not discriminate in my accessory taking. Your crown shall be mine. You are but a student. Prepare yourself! Prepare yourself! For I am here to give you your final lesson. And that was just a warning! What? A warning that you need glasses? It seems the student has become the master, and the amulet holder will win the day. I don't know what that means, but I love it and want to put it on a t-shirt. Okay, los geht's. Ich konnte gar nicht ausweichen. But what happened to getting hit by my TNT? Nobody messes with the boom master! Uh oh. Jesse! Jesse, are you okay? Had enough yet? Alrighty. I think noob time is over. We had some nice laughs, but now they must come to a clue. Luck sometimes visits the most unskilled of us, but it never lingers. Skill. Mastery. These are the things that will see you defeated! Magnus! Craft a cannon! Yeah! Finish it with a cannon! If it's a cannon you want, it's a cannon you'll get! Yep, he's completely lost it. Dude's going for the kill. Jesse, you'd better craft the, I don't know, greatest thing of your life. Like right now. Well, there's still some material in the chest. Hey, los geht's, los geht's! Weißt du mal nicht, was es werden soll? Uh huh! Check it out. Ha! That should hold him. Nice. Ha ha ha. Yeah, it's, yeah. Um, yeah it might do, but Jesse look. Whoa! Ha 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 ha! We're supposed to throw the fight. Ha 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 ha! Quick-Time-Event. Das ist völlig irre. Ja, Vorsicht. Und du wählst, Spongebäude? Ha! Du planst auf eine Beine zu nehmen? Geh! Es gibt keine Beine. Was? Ich habe was cool. Ich komme deinen Weg. Ich habe dir eine Aero für deine Bow. Ich denke, es ist Enchanted oder so. Bow? In einer Kannon-Fight? In Wahrheit gibt es viele verschiedene Fisch-Line über das. Ja, aber die TNT. In der Kannon. TNT plus Aero. Oh, ja. Time to see how well you fly. No, Peg. Ruben! Move! Ich habe dich, ich habe dich. Man, du hast es glücklich. Hey, Magnus! Ja? Shortstub? Schulverlässchen sind das richtig zusammen. Okay, komm schon! Ziel! Du bist egal! B Givenheilung. Wir haben einen gewinnen, den Ambulen Holder! Quid, Niederuntertanen. Nein, wir sind natürlich bescheiden. Wir sind alle, heute. Welp, sind Sie bereit, dann? Oh, ja! Das wird viel einfacher, als Magnus. Wait, was ist passiert? Oh, das ist nicht gut. Holy crap! Ist das Ihr Witherstorm? Wie sind wir? Was sind wir? Das ist... Oh, nein! Oh, nein! Nein, 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 nein! Oh, Boy. Was können wir machen? Weißt du... ey, wieso haben wir dieses Ziem-Ding? Komm mit! Agnes, komm an! Du hast einen Regret mit Boomtown geschehen. Geh! Und hier machen wir den ersten Cut von Episode 2, meine Damen und Herren. Ich denke, es sollte ausreichen, wir haben hier schon die ersten knapp 30 Minuten durchgezockt. Leute, die nächsten Folgen kommen jeweils um 14 Uhr, das nur zur Info. Und alter Schwede, es ging auf jeden Fall schon wieder ordentlich los. Und ich glaube, Magnus ist ein wenig verrückt. Ihr könnt eure Meinung zu Magnus gerne unten in die Kommentare schreiben. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Wir sehen uns morgen wieder zu einem weiteren Part. Haut rein. Ciao, ciao.